Hallo und herzlich willkommen liebe Löwin, bei mir bei eurer Crazy Old zu eurer Legung für das zweite Halbjahr 2023. Wie ihr wisst handelt es sich bei mir immer um eine allgemeine Legung, das heißt die Legung kann mit dir in Resonanz gehen, muss es aber nicht. Diese Legung ist zeitlos, auch wenn ich sie jetzt für das zweite Halbjahr definiert habe oder festgelegt habe in Anführungsstrichen. Denn Zeit ist fließend und wenn dir die Legung zu einem späteren Zeitpunkt vor die Füße fällt, hat sie vielleicht eine wichtige Botschaft für dich im Gepäck. Rollen können vertauscht sein und du schaust diese Legung bitte immer in deiner eigenen Verantwortung und wenn es nicht deine Legung ist, dann mach es auch nicht zu deiner. Diese Legung ist jetzt für alle, die als Standzeichen den Löwe haben, im Mond, Venus oder Aszendent den Löwen haben. Genau, wir haben hier mit den Orakelkarten und einer großen Arcana-Karte sozusagen die Überschrift für eure Legung, worum geht es. Und dann haben wir sechs Reihen für jeden Monat des zweiten Halbjahres, also Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Ich zeige euch ganz kurz die Kartendecks, Wilma ist natürlich auch am Start, mit welchen ich heute diese Legung gemacht habe. Wir haben diese beiden Orakelkarten, dann haben wir diese Orakelkarten und aus dem Arcanum-Tarot die großen Arcana für die Überschrift der Legung und als Tarotkarten habe ich mit diesen Decks hier gelegt, dass ihr die gesehen habt. Und natürlich gibt es für euch, liebe Löwen, auch am Ende eine Faol-Rune für euch dazu, welche euch für das zweite Halbjahr begleitet. Genau, Infos zu den verwendeten Kartendecks und unseren Runen findest du wie immer unten in der Infobox. Dann legen wir mal los und schauen wir mal, was das zweite Halbjahr für euch, liebe Löwen, bereithält. Als Krafttier begleitet euch der Schwan. Anmut, Schönheit, erlaube, dass deine Talente sich entfalten und genieße die künstlerische Freiheit, die dir geschenkt wurde. Dann haben wir den Sternenahne, Folge der Stimme deiner Seele. Und wir haben den Tempel des Waldes mit der Aussage Erleuchtung. Liebe Löwen, ich glaube für einige von euch ist das zweite Halbjahr, auch die große Arcana, Gericht besagt das, mit einem Weckruf verbunden. Vielleicht war es so, dass ihr in der letzten Zeit sehr mit Arbeit, mit Projekten befasst wart, sehr mit weltlichen Dingen befasst wart. Und hier haben wir aber sowohl mit dem Krafttier Schwan und dem Aufruf, lass deine Talente sich entfalten, als auch mit dem Sternenahnen und dem Tempel des Waldes den Aufruf, dich sehr deiner Seele zu widmen. Ja, vielleicht den feinstofflichen Dingen zuzuwenden, eben dem nicht materiellen, greifbaren hier, sondern eher in die spirituelle Energie zu gehen. Ihr startet in den Juli mit einer Art Schlussstrich. Ich glaube, und es kann, ich glaube wirklich, dass es bei einigen von euch Löwen so ist, dass ihr sehr, sehr, sehr beruflich gefordert wart. Ich habe hier sehr viele Münzkarten bei euch liegen, was mir immer sagt, das hat sehr viel mit Arbeit, mit Manifestation zu tun, mit greifbaren Dingen, mit Dingen, die wir tun, mit Beruf, Berufung, Materiellem, das wir hier erschaffen. Und hier war es vielleicht so, dass ihr sehr, sehr viel gearbeitet habt und hier jetzt ein gewisser Schlussstrich gezogen wird, weil ihr vielleicht spürt, dass eben auch mit diesen Orakelkarten andere Aspekte eures Seins wichtig werden. Ja, also hier haben wir auf jeden Fall tendenziell im Juli, ihr wisst, Zeit ist fließend, ja, eine Art Schlussstrich am Start. Was dazu führt, dass ihr durch diesen Schlussstrich, ich finde auch auf dieser Sechster-Schwerterkarte das immer so bezeichnend, wir haben hier so eine Spirale. Und vielleicht war das auch so ein Hamsterrad, in dem ihr euch befunden habt und jetzt sagt ihr so, raus aus dem Hamsterrad, ich muss hier jetzt etwas verändern. Und ihr merkt, dass ihr mit dem Magier, der darauf geklärt ist, sehr, sehr viele Gaben in euch habt. Ihr habt im Grunde alles zur Verfügung, was ihr braucht. Allerdings führt dieser Schlussstrich auch dazu, dass ihr ein bisschen in die, ja, Abgeschiedenheit geht, euch ein bisschen zurückzieht, in die Stille geht. Versucht in der Stille eure Antworten auf die euch befassenden Fragen und Gedanken hier zu finden. Ja, der Eremit ist immer derjenige, der in die Stille geht, sein Licht in die dunklen Aspekte seines Seelenreiches trägt, um dort eben Licht hinzubringen, diese Dinge zu beleuchten, seine Antworten zu finden und dann mit seinen Antworten wieder zurückzukehren und dieses Wissen auch mit anderen zu teilen. Und es gibt hier etwas, was hier mit den Neun der Schwertern so ein bisschen ein Gedankenkreiseln ist, was euch vielleicht wirklich schon längere Zeit begleitet und jetzt mit dem Weckruf eben angeschaut werden will. Und die Neun der Schwerter ist aber im Aftertarot gefallen und ihr seht, normalerweise liegt hier eine Person im Bett und die Neun Schwerter schweben wie so Gedankenkarussell über diesen Menschen und er kommt da nicht raus. Ihr seht aber, hier im Aftertarot ergreift dieser Mann eines dieser Schwerter und fängt an, sich seinem Gedankenkarussell zu stellen. Und das scheint mir sehr, sehr stimmig zu dieser Überschrift eben, dass euch eine Art Weckruf erreicht, der sagt, hey, schau mal hin, hier sind jetzt gerade andere Dinge in deinem Leben wichtig, die angeschaut werden wollen. Und auch dann geht es tendenziell im August wiederum mit dem Magier weiter. Hier ist wieder der Magier, der dir immer noch sagt, du hast alles in dir, was du brauchst und begleitet von den fünf Münzen. Was auch immer hier in deinem Lebensumfeld war, was dich so in diesem Gedankenkarussell gehalten hat oder vielleicht war es wirklich die Arbeit, wo du sehr eingebunden warst im Beruf. Hier war wenig Wertschätzung für dich und mit den fünf Münzen hat dein Selbstwert gelitten. Und mit dem Magier bist du dann tendenziell im August eben daran, deinen Selbstwert hier wieder aufzubauen und dich auf selbst aufzupäppeln. Ja, das hat natürlich, wenn du hier so einen Schlussstrich ziehst, auch einen Abschied schweren Hatzens mit im Gepäck. Mit den 8 der Kälchen hast du dich von etwas, das dir sehr, sehr wichtig war, was du emotional sehr geschätzt hast, davon hast du dich abgewendet. Und hier kommt wiederum eine Heilungskarte mit den 4 der Schwertern. Dieser Verlust muss natürlich erst mal ausgeheilt werden. Und da wirst du dir vielleicht tendenziell im August wirklich so eine Auszeit nehmen, um an dir, an deinem Selbstwert, an deinem Selbstbewusstsein und an deinen Abschiedsschmerzen eben beständig mit dem Ritter der Münzen zu arbeiten. Im September kommst du dann gestärkt, also tendenziell September, gestärkt wieder mit der Königin der Münzen. Das ist das Wasser der Erde, weißt du, dass du ein gutes Fundament geschaffen hast, dass du auch wertvoll bist, dass du wohlwollend bist, dass du ein warmes Herz hast. Und hier könnten wirklich für einige von euch Löwen tendenziell im September auch weitreichende Entscheidungen in der Liebe fallen. Ich habe hier nämlich als Kartenkombination die 2 der Kälche, den Wagen und die 4 der Stäbe. Die 2 der Kälche ist eine klassische Seelenpartnerkarte. Sie spricht von Verbindungen auf Augenhöhe, von Wertschätzung und von tiefen Gefühlen auf beiden Seiten. Der Wagen ist die schnellste Karte im Tarot. Hier geht es um Entscheidungen. Hier wird nach vorne gegangen. Hier werden Entscheidungen, auch zukunftsträchtige, langfristige Entscheidungen getroffen. Und mit den 4 der Stäben, das ist die Karte des Willkommenseins. Du bist deinem Gegenüber willkommen und dein Gegenüber ist dir willkommen. Und hier ist mit der Burg im Hintergrund auch die Sicherheit angezeigt. Und in Kombination mit den 2 der Kälchen könnten hier für einige Löwen sogar die Hochzeitsglocken läuten, ein Antrag ins Haus flattern, Entscheidungen getroffen werden, dass man vielleicht zusammenziehen will, um hier ein fruchtbares Reich und Land zu gründen. Also hier geht es um persönliche Aspekte, die für dich lieber Löwe hier tendenziell im August anstehen. Also auch weitreichende Lebensentscheidungen wie zusammenziehen, heiraten, was auch immer. So, das ist auf jeden Fall bis September eure Energie. Im Oktober seid ihr dann dabei, dass ihr mit den 8 der Münzen euch, vielleicht auch wenn hier diese weitreichenden Lebensentscheidungen gefasst werden, ihr euch in bestimmten Bereichen noch fortbilden werdet oder weiterbilden werdet. Mit den 8 der Münzen, das ist die Karte der Meisterschaft, des Meisters. Also hier wird an etwas gearbeitet, wo man sich weiterbildet, besser werden will, professionell sein Wissen vermehren will. Und parallel ist aber auch dieses mit den 9 der Stäben habt ihr euch wieder auf die Beine gestellt. Wenn es hier tendenziell im Juli noch ein bisschen schwer losging, weil ihr vielleicht in der Vergangenheit zu viel gearbeitet habt und jetzt ein Weckruf mit dem Gericht kommt, dass eben Seelenthemen oder andere Aspekte eures Lebens hier wichtig sind und ein Schlussstrich gezogen wird, habt ihr euch hier tendenziell im Oktober schon wieder ganz gut aufgestellt, eure Grenzen gesteckt und habt euch wirklich schon wieder, sag ich mal, ganz gut neu ausgerichtet. Ihr seid mit den zwei großen Arkanen, die Liebenden und der Mäßigkeit immer noch mit dem Thema der Liebe und der Heilung befasst. Das heißt, ihr seid schon wieder am aufsteigenden Ast, sag ich mal, aber hier sind immer noch begleitend Themen wie die Liebe und die Heilung. Also vielleicht war es wirklich für einige von euch Löwen so, dass ihr völlig ausgebrannt wart, also wirklich euch total verausgabt habt in irgendetwas. Und das ist immer noch im Oktober auch sehr stark spürbar, dass ihr zwar weiterarbeitet, aber euch da eurer Grenzen sehr gut bewusst seid und einfach auch parallel diesen Heilungsthemen und auch diese Selbstliebe achten werdet, um eben nicht wieder in alte Fallstricke hinein zu geraten. Das macht natürlich auch emotional eine Menge mit euch, denn im November tendenziell haben wir nochmal die Energie von Traurigkeit, Verzweiflung. Verzweiflung, so das ist so ein bisschen, wenn ich hier so eine Entscheidung treffe und sich meine Lebensschwerpunkte vielleicht auch wirklich verlagern, so nehme ich das bei euch wahr, liebe Löwin, dann sind da natürlich auch mal Traurigkeit oder Verzweiflung oder Ungeduld am Start. Und da seid ihr im November damit konfrontiert und das macht euch mit dem Ritter der Stäbe auch etwas sehr reizbar. Der Ritter der Stäbe ist der klassische Hitzkopf. Also passt bitte tendenziell im November auf, dass wenn ihr in so schwereren Gefühlen seid, hier nicht hitzköpfig irgendwie andere Leute vor den Kopf stoßt, nutzt diese Energie lieber, um hier den Abhängigkeiten, den alten Fallstricken mit dem Teufel die Stunde zu bieten. Und auch hier ist der Teufel im After-Tarot gefallen. Normalerweise ist dieses Liebespaar an den Teufel gefesselt. In diesem After-Tarot hat sich das Liebespaar aus den Fesseln der Vergangenheit befreit. Entschuldigung. Und das ist vielleicht die Botschaft für euch. Es mögen vielleicht in der dunklen Jahreszeit, im November, noch mal so traurige oder schwermütige Gefühle kommen. Aber nutzt diese Schwermütigkeit. Lasst euch da nicht zu Ungeduld oder Wutausbrüchen hinreißen, sondern nutzt diese Energie lieber dafür, diese Abhängigkeiten noch mal restlos zu beleuchten und zu transformieren. Gut, denn ihr werdet erkennen, im Dezember, dass ihr im Endeffekt mit den 10 der Münzen, das ist die Schnitzelkarte, alles habt, was ihr braucht. Es gibt keinen Grund, ja, das wird euch im Dezember hier noch begleiten, mit den 4 der Münzen ist das Thema Loslassen oder Festhalten angezeigt. Also vielleicht kommt die 5 der Kirche im November eben aus Verlustängsten heraus, vielleicht auch aus materiellen Verlustängsten. Aber wisset, ihr habt hier wirklich ein gutes Fundament, ihr habt vielleicht auch einen Finanzpolster euch angelegt mit den 10 der Münzen, spricht da einiges dafür, dass ihr Rücklagen oder Sicherheiten habt, die euch hier helfen kann. Und da endet dieses Jahr wieder mit dem Gericht, wieder mit dem Weckruf. Entschuldigung. Denn vielleicht seid ihr hier wirklich dann, wenn ihr das für euch so beleuchtet habt und dieses halbe Jahr so durch habt, vielleicht seid ihr wirklich an dem Punkt, dass ihr merkt, ja, jetzt ist der Groschen bei mir endgültig gefallen, jetzt bin ich neu geboren, jetzt habe ich mich neu aufgestellt und ich weiß, dass mich auch immer wieder mal die Zweifel plagen. Ich weiß aber auch, dass ich hier Wegbegleiter an meiner Seite habe, die mir helfen, diese Zweifel anzugehen. Ja, und mit dem König der Kirche wisst ihr, dass eure Gefühle unglaublich wichtig sind. Lasst euch nicht nur, ihr seid nicht nur eine Maschine, die zu funktionieren hat, die die 5000 Aufgaben zu erledigen hat, sondern auch eure Gefühle sind hier ganz, ganz, ganz wichtig und sollten nicht in Vergessenheit geraten. Also, als Zusammenfassung die Outcome-Karten, wir haben den Stern, wiederum eine Heilungskarte. Ihr werdet eure Sterne neu ausrichten, was Verletzungen und auch Hartzschmerz angeht. Vielleicht war es auch so, liebe Löwin, dass einige von euch so in der Arbeit vertieft waren, dass vielleicht auch Verbindungen, persönliche Verbindungen, ein bisschen auf der Strecke blieben und das ein Weckruf für euch ist, ja. Und hier findet Heilung statt und da werdet ihr mit dem Ritter der Schwerter sehr klar und sehr schnell reagieren, um diese Heilung für euch voranzutreiben und eben nicht mehr euch in falsch verstandener Verantwortung verstricken zu lassen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass einige von euch Löwen sehr mit weltlichen Dingen befasst waren. Das sagen mir eben auch diese vielen Münzkarten, die wir gerade in der ersten Reihe hier liegen haben, dass es da sehr viel um etwas erschaffen ging, um ein Fundament zu schaffen, etwas aufzubauen. Und ihr habt euch da, glaube ich, ein Stück weit verausgabt und vielleicht auch eben das Schöne des Lebens zu genießen und auch eure Kreativität, dieses Künstlerische. Also wenn ich immer in so einer Beschäftigung bin, dann ist es ein ganz wichtiger Aspekt, dass man manchmal auch in das Wort Langeweile, in die Energie der Langeweile hineinkommt. Wenn ich immer in einem Beschäftigungsmodus bin, kann keine Kreativität fließen. Denn Kreativität entsteht oft in so einem Feld der Langeweile. Wenn wir uns das Wort Langeweile anschauen, liebe Löwen, ist es das Wort eine Langeweile. Und wer hat heutzutage noch den Luxus der Langenweile? In dieser Langenweile, wenn wir diese Langeweile wirklich annehmen und als Geschenk verstehen, können nämlich unsere ureigenen Gaben, die künstlerischen Gaben, die in dir wohnen mit dem Schwan, die können in der Langeweile nämlich sich überhaupt erst melden. Die können nach oben steigen und dann siehst du auf einmal etwas und denkst dir, wow, daraus kann ich das und das machen und da kann meine Kreativität fließen und ich kann schöpferisch tätig sein. Und das ist so ein Aspekt, glaube ich, mit dem ihr Löwen in diesem zweiten Halbjahr befasst seid. Und das eben auch im Einklang mit eurer Seelenstimme, ja, was flüstert euch eure Seele und hier eben auch diese Langeweile vielleicht zu nutzen, um hier auch Erleuchtungsmomente für euch zu erfahren. Ja, platt gesagt wäre es das Thema Work-Life-Balance, aber ich glaube, bei euch geht es noch ein Stück weiter, dass ihr wirklich diesen schöpferischen Funken in euch wieder wirklich lebt und auslebt. Schauen wir mal, welche Rune begleitet denn die Löwin in diesem zweiten Halbjahr? Welche Rune? Da habe ich sie. Ha, 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 ha. Die Fehu. Die Fehu ist das Feuer. Das ist der schöpferische Funke. Ich habe es gerade noch gesagt. Hier ist die Fehu für euch am Start. Und die Fehu steht für das Vieh. Das ist der bewegliche Besitz. Die Fehu spricht von inneren und äußerem Reichtum, von innerer und äußerer Schönheit. Und auch da, die Fehu ermahnt dich immer, wenn du Fülle in deinem Leben hast, sei dir bewusst, dass geteilte Fülle doppelte Fülle bringt. Wenn du diese Fülle versuchst festzuhalten, aus Ego-Aspekten für dich zu behalten, dann wirst du diese Fülle verlieren. Denn die Fehu lehrt dich, dass Dinge auch fließen müssen. Ein Feuer muss brennen. Es braucht Luft zum Atmen und es braucht Holz, das bereit ist, sich hinzugeben, damit es brennen kann. Und die Kunst, sein Lebensfeuer gut zu schüren, ist vielleicht deine Aufgabe in diesem zweiten Halbjahr, lieber Löwe. Hier achtsam mit deiner Energie zu sein, mit deinem schöpferischen Funken, mit dem Reichtum, den du in dir trägst und den du in die Welt geben darfst. auch die Schöpfung oder die Erschaffung von Dingen, die aus dir selbst herauskommen. Ja, also kreativ zu sein, Dinge zu erschaffen, künstlerisch zu gestalten, etwas in dir sich entfalten zu lassen. All das sind Aspekte der Fehu, die dich aufrufen, mit dem Gericht, dem Weckruf, deine schöpferische Kraft. Ja, auszuleben. Entfache das Feuer in dir, lieber Löwe. Ja, das war eure Legung für das zweite Halbjahr. Liebe Löwin, ich freue mich auf eure Likes, Abos, Feedbacks, Kommentare und wenn ihr meine Videos teilt. Ich wünsche euch eine zauberhafte Zeit, fühlt euch umärmelt und gedrückt und ich sage bis zum nächsten Video. Bis bald. Ciao, ciao, eure Crazy Old.